Art Metrano. Der Komiker und Schauspieler Art Metrano war seit den 60er Jahren aktiv und war in mehreren TV- und Filmproduktionen zu sehen. In Deutschland war er besonders als Kommandant Mauser in einigen der beliebten Police Academy Filme bekannt. Metrano ist am 8. September 2021 im Alter von 84 Jahren verstorben.